Oh, hier mit diesem Spreng, ne? Da kann ich mich auch noch erinnern. Ey, ja. Ohohoho. Groß, zum ersten Mal. Oh. Ich wusste gerade nicht, wo ich rauskomme. Ja, danke. Ganz am Weg. Ich weiß gar nicht, ob ich das machen muss. Einfach schnell rüber. Äh. Komisch, dass ich das gleich auf Anhieb einmal gemacht habe, ey. Oh, shit. Ja, das kann man ein bisschen unerwartet, ne? Ah. Ja. Was spawnst du denn da? Ja, ich da nichts für. Ja, Mann, ich wollte doch nur rüber gehen. Höh. 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 Ey, das flug da oben wieder an der Decke. Oh, ja. Das war nichts. Ja, schon ein bisschen das andere, danke. Höh. Wieso habe ich das am Anfang so easy hingekriegt? Oh, genau. Jetzt gleich durch. Jetzt wegs. Äh. Hm. Da oben ist ne Faust, aber sonst nix. Schon wieder hoch. Da ist ein Block da hinten rechts drinnen. Siehst du den nicht? Ach, da unten? In der Lava? Da kannst du drauf spielen. Ja, ja, okay. Dann siehst du, dann kannst du durchgehen. Höh. Ich hab... Da bei... Bei dem Level saßen wir glaube ich auch...